Martina Voss Tecklenburg, 55, und ihr Liebster haben ihr Ehegelübde erneuert. Seit 14 Jahren gehen die Trainerin der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft und ihr Liebster Hermann Seite an Seite gemeinsam durchs Leben. Zurzeit ist die 55-Jährige mit der DFB 11 in Australien und startet am 24. Juli gegen Marokko in die WM. Vorher hatte Martina aber wohl noch etwas Wichtiges mit ihrem Liebsten zu erledigen. Das Paar hat erneut geheiratet. Die Trauung fand bereits am 17. Juni 2023 statt. Auch der Deutsche Fußballbund, DFB, bestätigte die frohen Nachrichten auf Anfrage von RTL, NTV. Das Eheversprechen wurde erneuert, heißt es in der Erklärung. Die Bundestrainerin scheint kurz vor dem Turnierstart auf Wolke 7 zu schweben. Vor ihrer Ehe mit dem 75-Jährigen war sie unter anderem auch mal mit einer Frau liiert, mit ihrer früheren Nationalmannschaftskollegin Inka Grings. Ich verliebe mich in einen Menschen, nicht in einen Mann oder in eine Frau, sagte Martina in einem Interview mit der Taz. Für mich war immer klar. Ich wollte zu meinen Beziehungen stehen. Es wäre für mich nicht gangbar gewesen, das, was ich fühle und lebe, zu verstecken.